Wow, Fritschi! Der Fritschi-Vater! Der Fritschi-Vater! Yes! Die Freude bei diesem Hockey-Arno ist gross, vor allem weil es sportlich im Moment nicht viel zu jubeln gibt. Wo der ZSC Lion in Zukunft spielen wird, wo der ZSC Lion, ZSC Lion... Da kann man in Bern nur drüber lachen. Das ist wirklich nicht geil. Ich habe noch einen Trick, den wir nicht vergessen. In dein Auto solltest du unbedingt das Abschleppseil rein tun. Das ist dann da. Aber das haben wir schon verstanden. Das Abschleppseil ist nicht für dich, sondern für die, die nicht mehr weiterkommen. Hat Herr Russi da gerade ein Kompliment versteckt? Das Abschleppseil ist nicht für dich. Das Abschleppseil ist nicht für dich. Yo. Yo. You got a gift, my friend. SVP-Politiker Luzi Stamm ging in Bern nicht in die Reitschule, sondern lernte etwas in der Lebensschule. Da hat mich die Person gestoppt, hat in die Tasche reingelangt, hat gesagt, wenn sie Kokain, wenn sie Heroin, wenn sie Haschisch... Ernsthaft? Völlig umhauend, dass das in Bern möglich ist. Also... Ehrlich jetzt? Die Familie Wolny fährt in die Skiferien. Das freut vor allem Zeppin. Was hast du gefunden? Das ist nicht ganz so weit von ihr weg. Landgraf. Das hört sich schon so teuer an. Es ist ein Entsetzen, eine Verrücktheit. Nein. Landgraf. Da ist ein Graf. Warum kann man das machen? Warum? Ja, warum? Wer soll es denn gewesen sein? Der Nachbar vielleicht. Du musst doch wissen, ob du einen abgeseilt hast. Nein, ich habe keinen abgeseilt. Doch, es hat nach dir gerochen. Das ist ja eine Zumutung, so etwas. Bitte? Ja, nach deinen Eiern. Das ist ein absurdes Theater. Ach, Schatz. Vegetanische Lasagane. Vegetanische Lasagane. Toh werde dich spuken. Lasagne. Wann ist denn der Unterschied zwischen Schweine oder Kalbsschnutz? Kalbs ist doch das Kleine, oder? Das ist muh. Kalb. Ja, das ist doch das Kleine. Ja, und Schwein ist Schwein, Schatz. Hä? Das sind dann so die Momente, wo man denkt, ei, 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 ei.